so willkommen zurück zur ich glaube fünften folge oder vierten spielen wir doch mal ich glaube fünfte müsste sein aber ich weiß es nicht die letzte aufnahme für heute unter wo denn ich bin echt müde so wertho ja das ist schwierig zu sagen und das wird die so braucht wir machen das mal so ein trupp wie gesagt damit wird den typen angreifen können ach guck mal was man ja alles noch machen kann was ich eigentlich alles nicht machen doch doch das deren lohnt sich schulen ja doch nicht schlecht psd ja ich bin da psd ich hatte ja als ein quartier jetzt verstehe ich jetzt kann auch den punkt versetzen danke mein land dazu so kann ich den ja ein quartier das klasse nutzt solche schleudertüben die kann dann also es ist ja gar nicht ich habe keine ahnung irgendwie geht das halt so ich hoffe man so doof ist soweit sicher mal gucken vielleicht greift man den typen an ich würde es eigentlich gerne machen aber uns fehlen so ein bisschen die leute dafür aber ich finde das schon hübsch gemacht also das spiel ist kostenlos und für kostenloses game ist das auf jeden fall toll vielleicht ist es ja auch irgendwann kostenpflichtig weiß es jetzt nicht ob das genau jetzt also sehr auf jeden fall noch in der entwicklung steht auch alpha also ihr könnt mir vorstellen dass es vielleicht später auch geld kostet aber bisher die alpha ist auf jeden fall kostenlos und die kann man sich natürlich auch downloaden wie gesagt link ist hoffentlich in der beschreibung drin so so wächst das überhaupt richtig also anscheinend wächst das schon irgendwie was bringt denn das hobby also ich weiß dass das nach und macht logischerweise eigentlich normalerweise aber wie viel nahrung denn genau was braucht das ding das jetzt waren auch perfekt ich wollte angreifen kommt ihr könnt doch ein bisschen was zeigt das mal dass ihr was könnt das sieht doch nicht schlecht aus das könnte eigentlich schaffen war nicht schlecht dass wir den wacht von ihren ich glaube das schafft man es sieht nicht schlecht aus cool das wollte mich natürlich dann wollte ich irgendwas bauen das habe ich vergessen was ich brauchen nein eine ist gestorben jetzt haben wir nur noch solche leute die erschießen können ja gut den haben wir ganz easy und locker abgehalten ja endlich meine sehr schön das freut mich so wollte ich nicht das ding baum ich glaube das ist einfach mal ich habe keine ahnung was es ist wir machen es einfach ich kaufe jetzt prüße bill es liegen die ganzen leichen hier rum wie passt das jetzt nicht so mega das passt besser ja gut ist auch eine lockere formation auch nicht schlecht auch nicht schlecht aber ich finde die cool das wirkt so wie so eine mauern als ob man dann nicht durchkommt ist das einfach geiler auch noch ein bisschen essen wir sagen stellen wir die dann her und schicken wir auf die reise um den typen anzugreifen ich hoffe das hause dauert nicht mal allzu lang und doch ist da ein bisschen ja dann helft ihr mal ihr dürft dann gleich weiter hacken das wasser sieht ja aus wie nebel so kommt jetzt aber es geht auf jeden fall schneller was ist das da holz tun ja doch ach so was ist einfach ein bisschen ungeordnet jetzt wirtschaftsbetrag steckt echt viel drin also da kann man auf jeden fall einiges machen so kommt 321 so ihr beide was macht ihr mal tja gute frage vielleicht noch ein feld bauen vielleicht das wichtigste mit ja da kam er da hin und dann bereiten wir uns auf den großen angriff vor jetzt echt ein bisschen an nahrung ich finde es auch toll dass das feld einfach dauerhaft 100 prozent nahrung bringt hey ich wollte euch angreifen ach du scheiße das könnte sein dass wir es nicht schaffen das könnte echt sein dass der uns blatt macht aber es ist die letzte folge von da ist egal es kann sein dass das natürlich noch mehr aussieht auch mehr als im endeffekt dann halt mehr aber schneller aber wir brauchen schwertkämpfer wir haben keine chance die müssen von distanz angreifen und nicht von nähe das macht mal was schwertkämpfer möglich so dass genau die sonne ich hier ein bisschen am lieben bleiben das ist das war einer der drücke das schaffen die oh scheiße das war das war das war das besiegt haben wird hier die wand schon stärker haben es trotzdem geschafft ich speichern noch mal hier ja wo schreibt das teil ruhig so naja wir kaufen die typ 2 ist nicht an die paar minuten noch bis die folge frei ist hier hingehen da ist nicht auch seine grenze natürlich mal wissen da so aussieht ja da ist ein bisschen besser wie wir da war eine vertu ist zu nah dran Na gut, ein paar Minuten haben wir noch, bis es dann erst mal vorbei ist. Falls ihr natürlich mehr es nicht wollt, wie gesagt, könnt ihr das gerne sagen in den Kommentaren und dann spielen vielleicht öfters mal solche Spiele. Wobei ich dann doch vielleicht eher der Fan schon so ruhig bin, wobei Strongheart mit angreifen würde ich auch cool. Ich habe hier sogar Strongheart-Lips-Player, aber ich habe es dann irgendwie abgebrochen. Ich weiß nicht mal mehr warum, weil ich wollte es sogar weiter aufnehmen. Naja, ich weiß nicht mehr. Naja, ist auch schon länger her. Aber krass, dass du gerade die sehr leichte KI besser bist, wie ich. Oh, ist das schön. Aber ich bin halt der ruhige Typ und nicht der Angreifer. Bringt mir ja nichts, wenn ich die Toten mache. Die Großstadt-Phase. Naja, die brauchen wir nicht. Hö, was? Ich kann die nicht so in den Turm reinbringen, ne? Aber ein Quartier kann man die ja trotzdem entscheiden. Naja, aber was bringt das denn? Was macht die denn ein Quartier? Ich weiß nicht, was das genau bringt. Ich könnte euch vorstellen, dass vielleicht der Schaden ein bisschen höher ist. Ich will jetzt mal probieren, ob ich den mit drei Leuten einnehmen kann. Wird 100% funktionieren. Ja, wird funktionieren. Der besetzt ihn einfach. Ja, der hat schon ein bisschen mehr Durchschlagskraft als wir. Aber ich würde sagen, das war's erstmal mit diesem... Spielen wir doch mal Ründchen. Ja. Oh, ich strecke mich vor dem Mikrofon. Und geh, Hilfe. Geh, dann wusste ich auch noch. Na, ich bin echt ein bisschen müde. Merkt man vielleicht auch daran, dass ich weniger rede. Aber ich bedanke mich schonmal herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hatte das Ganze soweit gefallen. Falls ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten, tschö mit ö, haut rein. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.